willkommen zu einem neuen let's talk part ja erst mal am anfang entschuldige ich mich dass gestern kein let's talk part kam und heute dann dementsprechend so spät ja warum warum ich muss ehrlich sagen weil ich gestern einfach keine lust mehr hatte irgendetwas aufzunehmen ich hatte nämlich besuchte von samstag auf sonntag dementsprechend auch kaum geschlafen bis eigentlich gar nicht und ja irgendwie fehlte mir einfach die lust ich wollte dann bis mal abend noch einfach ein bisschen herum schön hat dementsprechend nichts aufgenommen da habe ich mir auch erzählt ich mag mich nicht so eine aufnahme zwingen und daher habe ich das einfach sein gelassen dafür kommt dann heute ein part der paper mario part wird auch auf morgen verschoben der eigentlich heute kommen sollte dies nur an ja es ist auf jeden fall sehr so cool es war richtig cool aber was ist in meiner woche sonst so passiert ja es war meine erst mal letzte woche wieder berufsschule die nächste nächste woche berufsschule habe ich erst in vier wochen so mittels september so zucker und ja heute hatte ich halt meinen ersten arbeitstag wieder naja scheiße arbeit halte aber okay was soll es ja nichts desto trotz ja berufsschule mal wieder nichts ausgefallen oder so dass ich mal eher nach hause kommen immer schön trotzdem noch spät zu hause dass das das liebe ich das liebe ich nicht ja auch noch mal ein bisschen stress hier als davor die woche berufsschule denn ja leistungskontrollen standen an eine ganze menge da ich immer nur zwei wochen berufsschule habe und dann eine ganze weile arbeit ja sind die beruf sind neben berufsschulwochen dann immer haufenweise leistungskontrollen angesagt hier die erste woche war jetzt eigentlich sehr natürlich weil kein stoff da war wo man den leistungskontrollen schreiben könnte aber jetzt die zweite woche da haben die lehrer an ordentlich zugelegt bei manchen habe ich eigentlich ein gutes gefühl bei manchen aber da denke ich mir das war eigentlich ganz schön scheiße ey ja was ist dann noch so passiert äh sehr sehr überraschend Prozent ja ging das letztes play zu super mario sunshine sende das war auch nun das erste let's play was zu ende geht während ich die letzte auch hier aufnehmer ja das klingt sehr sehr überraschend stelle ich hab dann so gesehen in der letzten welt auch das ist ja schon das sind jetzt schon die letzten aufgaben habe ich die vorletzte aufgabe gemacht oder letzte so gesehen und dann kam ich schon zum end boss fight halt am dienstag glaube war das und war ging das schnell und somit war das display vorbei war eigentlich ja zum teil ein schönes let's play zum teil bin ich auch froh dass das display vorbei ist weil es gab viele momente was mich da einfach aufgeregt hat viele bugs zum beispiel oder die kamera oder halt auch allgemein die aufgaben langer hat mich aber ja ihr hattet auf jeden fall euren spaß mit diesen aufgaben weil ich viel gefällt habe und daher hattet ihr halt euren spaß und das ist ja die hauptsache genau ein weiteres display hat jetzt nicht gestartet weil ein weiteres display würde ich aus zeitgründen nicht schaffen bleibt immer noch auch noch nebenbei mit fahrschule beschäftigt eventuell werde ich diese oder nächste woche dann die theoretische prüfung machen ich denke aber erst mal nicht erst nächste woche genau von vollziehen ja genau erst nächste woche theoretisch war prüfung ja aber wir waren ja beim netz play stehen geblieben also kein neues let's play nach super mario sunshine dafür habe ich aber vor paper mario wieder fünf mal in der woche zu bringen also das heißt montag mittwoch freitag sondern sonntag jeweils 16 uhr sein es ändert sich was das seht ihr im sendeplan wie zum beispiel das erst morgen der heutige paper mario part kommt den muss ich hier nach erstmal aufnehmen ich muss auch noch mein kauf jetzt aufnehmen damit das morgen auch noch kommt naja viel zu tun viel zu tun ein neues let's play beginnt dann aber auch erst nach paper mario und paper mario sieht so aussetzt werden wir würden wir noch ein bisschen lang da dran sitzen 20 parts 30 parts das würde ich schätzen ich weiß es aber nicht dass jahren bleibt let's play ist und ich da überhaupt nicht weiß wie weit der fortschritt ist also im insgesamten gesichtspunkt ja aber trotzdem habe ich schon jetzt die woche ein neues let's play aufgenommen dieses let's play was dann nach paper mario kommen wird weil ich bin da auf ein spiel extrem gehypt ja in der berufsschule in der berufsschule da hat ein klassenkameraden spiel gezockt wo ich dann meine vater wie heißen das spiel sieht irgendwie sehr so cool aus hat er mir gesagt so und so heißt es und dann dachte ich mir das hole ich mir und habe dann privat bis jetzt sagt so paar stunden und dachte und der halbwahrheit so großartigen spiel ich wollte es zocken 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 aber ich darf natürlich auch meine let's plays nicht außer acht lassen und damit ich kein schlechtes gewissen habe und weil es meiner meinung nach auch eine gute idee ist habe ich daraus dann let's play gemacht ab somit nebenbei da schon aufgenommen sind inzwischen schon fünf stand fünf stunden aufnahme ja und ja halt bisschen doof dass ich dann keine anderen als place aufgenommen habe aber hey ich hätte wahrscheinlich größtenteils der zeit sowieso da keine aufnahme gemacht weil ja die lust dann ja gefehlt hat das ist auch bei mir so ein problem momentan die lust keine angst ich werde nicht aufhören da werdet ihr keine angst haben oder angst haben brauchen werden nicht aufhören aber ja ich habe nicht immer so die große lust da sage ich mir na gut schaue ich jetzt ein bisschen stargate serie die ich momentan schaue ich heute mal eine folge wer und kann ja immer noch aufnehmen nun ist es soweit ich habe keine folgen mehr ja und dementsprechend und ich halte heute fühle ich mich gezwungen aufzunehmen ich werde jetzt zuerst paper mario aufnehmen und dann minecraft und von micaw muss ich sehen wie spät es dann ist ich werde heute auch relativ früh ins bett gehen ob ich eine oder zwei folgen schaffe heute hatte ich halt noch weniger zeit in fahrschule weil ich jetzt nur fast zwei stunden unterwegs war mit dem auto morgen bin bin ich nicht mit dem auto unterwegs somit habe ich morgen auch ein kleines bisschen mehr zeit wo ich dann auch aufnehmen kann daher wäre es logischer wenn ich heute einfach nur ein paar paper mario aufnehmen ein paar minecraft oder zwei wenn ich es schaffe und dann minecraft noch mal ein bisschen was und paper mario muss ich dann morgen auch wieder aufnehmen wie gesagt habe ich auf jeden fall die zeit dafür und donnerstag habe ich so gesehen pause mit paper mario und erst freitag geht es dann wieder los genau ja sonst gibt es noch etwas zu der woche zu sagen ruf schon halt vorbei und wenn paper mario umwand vorbei ist dann habe ich auf jeden fall stoff zum hochladen oder zum veröffentlichen ich mich dann da vielleicht kommt da dann parallel als play kommt darauf an wie viel zeit ich dann zu diesem zeitpunkt dann habe ich weiß es aber nicht ich kann ja nicht in die zukunft schauen leider würde ich zwar gerne tun du bist du oder was wir sehen uns dann in einem anderen let's play oder nächste woche zum let's talk video was höchstwahrscheinlich wieder pünktlich am sonntag diesmal um 18 uhr kommen wird sonst kann es ja mal so 15 uhr jetzt da halt aber mal ist anscheinend weg ist kommt es klar mäßig 18 uhr und ja 1 was ich auch noch sagen im hintergrund habt ihr heute wieder mal kts gesehen eigentlich wie im fast jeden part durch zeit man habe ich heute einfach wieder schnell mario party mario mario kts genommen ich versuche aber mein nächstes wochen mal was anderes zu bringen im hintergrund er so schlimm ist ja das nicht wenn ihr mal kts kommt es kommt ja auf die informationen an und das gerede hier und nicht um auf das gameplay hier gut bis dann und tschüss